Guck mal, wie nice meine Gun ist hier. Ja, cool. Geil, ja. Zero Chance! Alter! Soll ich den Clou direkt machen? Ja, mach. Ja, dann wieder nach Fort irgendwas. Ja. Ähm. Dann wieder den Clou. War noch keiner. Ab zu Sweet Bell. Ja. In die Richtung, was? Ja. Oh. Let's go. Wollen wir... Ja. Wir können auch den Ausgang campen. Also der am nächsten ist, oder? Also bei der... Hemlock and Tide, bitte. Wir müssten hin, oder? Dann müssen wir nach... Ja, gehen wir erstmal Richtung Süden, halt. Toolbox im Wohnheil. Ach, doch. Das hat er mir rein, oder? Ja. Ja, also raus. Wo... Ich... äh... Geh ein bisschen weiter nach vorne, ja? Versteck mich da, vielleicht laufen die an mir vorbei, dann kann ich die von hinten weg machen auch. Also mithelfen. Okay. Hier ist gute Deckung, wo ich bin, hier ist viel Buschwerk und Baumstämme und so. Ich hoffe mal ein paar Almen der Apps, wo eben ein bisschen Nahrung, wenn man schon umhanden ist. Oh Gott. Nicht, dass sie sich da einfach ausgraben und die ganzen Heil-Dinger verbrauchen. Das wäre ja tragisch, wenn sie dann in eine Falle laufen müssen. Mit anderen Worten, willst du sagen nicht, dass sie noch ein paar Knutzen verlieren? Ja. Wenn die ja eh machen, können die mich dann sehen, wenn ich irgendwo stillstehe? Ja. Können dich sehen, wenn sie ihre Fähigkeit anwenden. Ob deswegen, hab harte Deckung zwischen ihr und ihnen halt. Wie zum Beispiel eine Brücke? Äh, härter. Mein Sch***. Alan, wenn sie dann krass auf dich feuern, würde ich sagen, du rennst so in unsere Richtung, ne? Du bist von uns drei. Also, mein Plan ist eher, dass sie an mir vorbeilaufen und euch in die Arme und ich die von hinten auch wegmachen kann. Wenn sie dich dann nicht sehen. Dann hoffen wir mal, dass sie beim Kampf jetzt ihre ganze Zeit verlieren. Das Problem ist, wenn sie jemanden töten und die Leiche looten, kriegen sie eine Sekunde wieder. Werden sehen. Werden sehen. Werden sehen. Werden vielleicht. Auf der anderen Uferseite warten, sollen verschieben. Wasser sind zu langsamer. Wenn die über euch das Wasser gehen, vielleicht gehen sie auch über die Boote. Wollen wir noch ein bisschen wieder in Richtung Meerling gehen, oder? Wollen wir hier bleiben? Nö, nö, nö. Wir sind über den Fluss. Wir sind jetzt auf der Gabelung. Ich sehe einen solchen Anfang. Wartet noch. Warten noch. Wir sind Zeit jetzt. Werden wir getroffen. Oh, wer die da ist schon einer zwischen mir und mir. Hat mir. Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Muss markieren. Wenn sie es markiert, schau. Einen hab ich. Wird gesprengt. Der immer wieder slow. Nein. Ah, neben mir war noch einer. Okay. Wuscht der nicht? Ich seh ihn nicht mehr. Nee, 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 der hatte von Merlins Leiche ausgeschossen. Hättest es noch markieren sollen eben. Immer noch von Merlins Leiche aus. Ja. Rett nach hinten weg. Oh, ich hab ihn! Nice, alter, schön in den Kopf, Junge. Ja, gut. Alter. Äh, äh, Quatsch. Ob der noch was ist? Nee, alles klar. Der war ja richtig schön in den Kopf, alter. Ja, der war gut, ne? Ja, da haben die Idioten gedacht, die wären safe. Sind echt an Merlin vorbeigelatscht. Das kam aber glaub ich nur, weil die grad auch mit irgendjemand anders gekämpft haben, oder? Die haben irgendwie schon geballert gehabt davor. Vollhack nochmal, nichts. Ja, alles raus, ne? Ja. Der ist ja auch nicht. Alle tot. Wir nicht. Ach, ich vergesse immer die Leute zu beleidigen. Fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck you. Fuck you. Fuck you, fuck you. Vielen Dank.